Wir kommen zum leider letzten Act, den wir heute Abend euch präsentieren dürfen, von Mountain Music Production aus. Ich habe anfangs gesagt, wir haben eine musikalische Zugreise gemacht, durch die verschiedensten Gebiete der Vereinigten Staaten. Ankommen, tun wir jetzt mit dem Zug, mit dem Sumpfzug, Swamp Train, und zwar in den Sümpf vom Mississippi Delta. Sie werden uns den Blues spielen, der dort gespielt wird, und ihr habt sicher alle zusammen schon gesehen, was sie da für Instrumente haben. Die Instrumente sind alle zusammen selber gemacht, aus alten Zigarrenboxen. Also das heisst, beim Bläs zu Hause ist auch eine halbe Schreinerei, irgendwo. Und sie werden Musik spielen, die dort die Schwarzen gespielt haben, die ihren weissen Herren mussten dienen und krampfen und krüppeln bis zum Gehtnichtmehr. Die haben ihre Zigarrenboxen nach hinten rausgeschossen und die Blueser haben dort die Instrumente draus gemacht. Darum freut es mich ganz, ganz speziell, dass wir heute Abend Zusage haben bekommen von Swamp Train, wo ich den authentischen Blues mit selber gemachtem Instrumenten heute Abend präsentieren werde. Am Schlagzeug, der Steve! Wow! Am Bass, der Mann mit dem charmanten Lächeln, dem schönen Hut, der Dominik! Und die Gitarren mit der Sonnenbrille, der Bläs! Der Sonne brille! Und der andere Gitarre, der Alain! Ladies and Gentlemen, live on stage, Swamp Train! Je me pose une question, vous voulez du blues encore? Oui! Et vous êtes sûr qu'on peut faire du blues avec ces engins-là? Oui! J'aime! J'aime! Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Good evening. So, cigar box guitars, for those that don't know it, are tuned in each one in a different tonality and this is why the guitarist, when he gets confused and picks up the wrong guitar, has to change it again. It's a better cigar. Cigars are gone. Sorry. 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 . . . Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020